Aus und vorbei Die ehemalige Dschungelkamp-Teilnehmerin Jolina Mennen und ihr Ehemann Florian waren ganze 13 Jahre lang ein glückliches Paar, aber jetzt ist alles vorbei. Am Montag, den 13. März 2023, hat die YouTuberin auf ihrem Instagram-Account das endgültige Ehe aus bekannt gegeben. Das hat ihre Fans sicherlich überrascht. Auf dem Foto sieht man das einstige Traumpaar an ihrem Hochzeitstag, sie im weißen Brautkleid und er im schicken Bräutigamsanzug. Aber dieses Mal geht es nicht um eine erneute Hochzeitsfeier, sondern um ihre Trennung. Jolina Mennen kommentiert ihren eigenen Beitrag mit den Worten, denn auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, haben Florian und ich uns getrennt. Die Ex-Dschungelkamp-Kandidatin findet auch rührende Worte für ihren Noch-Ehemann Florian. Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit dir an meiner Seite erleben dürfte. Sie schreibt weiter, wir wissen beide nicht, wie sich die kommende Zeit entwickeln wird, aber egal was kommt, auch das werden wir zusammen hinbekommen. Einige ihrer rund 337.000 Followerinnen und Follower, Stand März 2023, sind völlig geschockt über diese Neuigkeit und kommentieren unter ihrem Beitrag.